Alles super duper Ja jetzt Hashtag Unprofessionell 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 Ach jetzt weiß ich nicht wie mal Unprofessionell Was? Un Was? Unprofessionell, ne? Heißt doch Unprofessionell Unprofessionell Was? W-w-w-wie heißt das Wort jetzt? Ich hab das Wort vergessen, hä? Unprofessionell Ah! Was laber ich für'n Scheiß Willkommen zu einem neuen Projekt Oh mein Gott! Ich wurde theoretisch gezwungen Dieses Spiel zu Let's Playen Paper Mario 3D Land Ich halte noch nichts von dem Spiel Ich hab's nur bei bestimmten Let's Playern gesehen Aber mehr auch nicht Wo ist der erste Stern? Moment, wo hab ich den ersten Stern hingeladen? Shit! Alter! Knochen-Trocken-Fick-D Was? Was? Ne ohne, was? Warum? Wenn ich jetzt... Ach Gott Ach Gott Schien Hoppala du Lüdel Ohhhh Alter 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 Was? Deine Mama Deine Mama Deine Mama Erstens, wie soll man da drauf kommen, dass da so ne scheiß Grün Kack Muss Missgeburten Kack Mit Penis Arsch Wichs Arsch Krampf Oh, Sternis Mann! Geh mir nicht auf den Sack Nein, was? Nein! 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 Was? Ich sterbe direkt, wenn ich aus dem Bildschirm bin? Hm? Deine Mama Deine Mama stinkt nach nem Fischkot aber richtig hart Alter, hallo? Mann, der springt doch nicht zweimal! Beruhigen, Alter! Äh Okay, gut Wusa 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 wusa, Alter In den Arsch, Alter In den verdammten Arnuss rein, Alter Ganz im Ernst? Ohhhh Alter, so schwer ist das Level doch nicht! Und die Musik, ne? Ich liebe die Mocke Die Mocke macht mich geil Die krieg ich nen Harten, wenn ich das seh und höre Oh je! Mann! Wollt ihr mich ficken? Ja! Was? Mann, ey, das ist doch langsam Nicht mehr... Och, komm, Alter Jetzt mach mal hier die Scheiße Alter, ich will dieses hässliche Bowser-Face nicht mehr sehen, Mann! Nicht mehr in diesem Spiel In diesem Let's Play Oder sonst irgendwann Was? Deine Mama, Alter Ich darf jetzt dieses... Was? Ich hatte doch nen Checkpoint Nicht? Was? Wieso? Wieso gab's denn keinen scheiß Checkpoint jetzt ganze... Leute Ich fühl mich offiziell... Mh... Mh... Ach... Penetriert... Alter... Das ist echt nicht mehr... Ist echt die Härte, Alter, Leute Das ist doch nicht mehr normal Was? Wo sah Riccardo... Boah, Mann! Gleich schmeiß ich mein Gamepad gegen die Wand, Alter Ganz im Ernst, Mann, Leute Ach... Egal... Ah... Leute, Alter... Wenn jetzt hier irgendwas Asoziales kommt, ne? Ich schwor, Digga... Mann! Was? Ne... Das... Ist... Nicht... Euer... Verfickter Ernst... Oh, Shit, Alter... Ah, du Fotze! Vier Schaden, was machst du denn da? Ganz im Ernst? Geh mal... Alter... Alter... Dein verfickter Ernst? Alter... Nein! Was? Wieso springt er denn nicht doppelt? Boah! Ja, 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 kein Geil... YouTube Money... YouTube Money... Oh, yeah... Du scheiß Sprungtaste... Ich vergewaltige dich eines Tages nachts um diese Uhrzeit auf einer Parkbank ganz dunkel im Wald... Nein! Du bist doch so ne... Höllenföt... Hö... Höllenfotze... Ne... Das mach ich nicht, Leute... Ey, das ist so... Oh, Mann, nee... Ich weine gleich Tränen... Oh mein Gott, er weint Tränen... Was ist denn da los? Boah! Was war das denn für eine Asicht? Was? Alter... Wie asoziale Kacka... Man... Treff mich doch nicht, du kleiner Hoden-Kobold, Alter... Ganz im Ernst, Pimmelberger... Tja, ne... Sollte man auf die Leute hören, die einem Tipps geben... Nö, aber Rico ist so abgehoben, der macht das nicht... Alter, warte nen Sack... Oh... Äh... Fast so abgehoben wie Germi...